In drei Jahren hoffe ich, dass ich Erste Bundesliga spielen kann. Hi, ich bin Nele, ich mache dieses Jahr mein Abitur und spielen in der Zeit eine Basketball-Bundesliga bei den Bänder-Baske. Wie vereinbarst du die Abi-Zeit und Basketball? Ja, es ist schon ziemlich stressig. Ich habe sieben Mal Training die Woche, weil ich zusätzlich noch in der zweiten Damenmannschaft spiele und dann zwei Spiele am Wochenende. Deshalb ist es bei Auswärtsfahrten immer so, dass ich eigentlich Hausaufgaben mache oder lerne. Aber sonst Zeitmanagement ist natürlich ziemlich wichtig und so als Ausgleich habe ich meinen Hund. Ich würde gerne Psychologie studieren, ob das jetzt Wirtschaftspsychologie ist oder vielleicht auch Sportpsychologie. Das weiß ich noch nicht so genau, aber da kann ich ja dann gucken bei verschiedenen Unternehmen, was die so anbieten und wie man da so reinpasst. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in drei Jahren? In drei Jahren hoffe ich, dass ich Erste Bundesliga spielen kann und beruflich wahrscheinlich im Studium. Informierst du dich regelmäßig über Karriere-Tipps? Also ich verfolge viele Profis auf Instagram und gucke dann da so, was die so machen, wie die Leben leben quasi. Und sonst haben wir ja auch unsere Profispielerin, die Olivia, von der man auch viel lernen kann. Nimm dir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Nimm dir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Nimm dir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Alles klar. Ähm. Pui fare affidamento sulto fiuto. Also, je kunt ob je gode neus vertruhen, auf ihre Spürnase können sie sich verlassen. You can apply on your intuition. Danke, Nöle. Perfekt, gerne. Vielen Dank.